so hallo guten dag ihr lieben zuschauer und zuschauerinnen herzlich willkommen auf meinem youtube-plan der an der chance auf der suche nach neuen abend herrn hier ist der justus könig bekannt als die an der chance stand aber er kennt amerika der justus könig der andere youtube aus würzburg ich bin jetzt hier in würzburg habe mein fabelbild transformerquartier geparkt und in der mainbrücke bei motor und rollerfahrplätze und will mir dann das gerne fest umzug anschauen das mit über 2,5 m hat 12.30 m ist es ungefähr rum auchstellung war ist 12.30 m ab residenz und die müssten glaube ich hier wird durchlaufen so wie letztes jahr und das schauen wir uns jetzt mal an ich stelle mich jetzt beim vierwärmbrunnen meinen dom der zerfte brücke gestern war mit geani im vollwerk mit buch ist der familientag koste heißt die hälfte und dann wollen wir fahrvideos machen denn ich habe urlaub vier wochen gut dann wünsche ich euch für schwarzland zuschauen bleibt dran ist das verspannen bis gleich ich mache die kamer an wenn die ersten leute von dem festumzug kommen hier an den festumzug du bist das over and out so wir setzen heute ein die gopro denn da kann ich einfach ein abgestell wechseln und da kommt der erste festumzug wie immer wird beim faschingzug die wohlzahl das ist Uuuuh, ich habe es mit der Klassen. Die hat schon bei der Klassen, aber das sieht nicht. Aber da ist Felix hier auch mal. Jetzt kommt der Klassen, der Elektro-Pammer. Der erste Umzug ist immer der erste Umzugswachstin bei Polizei und der letzte auch Polizei. Ich glaube Faschig-Zug oder ich glaube hier. Musst du, bis wir schauen? Ich glaube hier feste Umzug. Und dann geht's von vorne über die Brücke rüber, kam von Residenzplatz, Herderstraße wieder hinten runter und dann zu Residenz, über Fiani und Zwestern. Also Faschig und die Leute. Zwiebel, Mannstug, Essenfölz. Und dann geht's von Essenfölz. Musik 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 Gucken wir. Soll ich dann rauskommen im Auskommende, oder? Ja. Ja, abnehmen. Ja, genau. Da kommt ein Mal weg. Die Maul. Ja, du kannst. Ja, oder? Ja, du kannst. Ja, du kannst. Ja, du kannst. Na, du kannst. Das ist so. Jawoll! Super! Ein paar Minuten für den Zugway. Ist das cool zu fahren? Ein paar Minuten für den Zugway. Jetzt geht es mir weiter. Das ist Rot und Kreuz. Das sagt mir. Das war's. 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 Servus. 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 Das ist natürlich auch einfach so, dass wir das heilige Frühjahr haben. Heilig! 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 Es ist ja der Kutsche. Ja. Oh, heilig! Das war's für heute. Musik 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 1, 2, 3, super! Ich füge das kurz den. Das war's für heute. Das war's für heute. Und das ist das Rathaus. Das war's für heute. Das Westbier kommt beim Liefer. Das Westbier kommt beim Liefer. Das war's für heute. 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 Service. Das war's für heute. Das war's für heute, heute Abend. Das weiß ich. Das gehört dir nicht. Ich hab es dir einfach gemacht. Ich bin oben 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 oben, ich bin oben 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 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 Komm mal auf! Eine 40, 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 1 5, 1 7, 1 Späda Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich sehe nicht lange, der hat das Akku schon gebraucht, 4,5% Akku habe ich noch übrig. Die Kiste ist auf die Flüge gekommen. Die Kiste ist auf die Flüge gekommen. Tonni hat euch noch die gefasst. Was ist das? Untertitelung. BR 2018 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 Ich habe vorgefahren wenig Platz. Und das war's. die stadtwehe reiniger so wie hat euch das gefallen? mir hat es gut gefallen so wie letztes jahr von der distribution hier zu stehen im rathaus bei mieter noch da vier rennenbrunnen lektor oder was? das war's dann ich wünsche euch allen noch ein schönes wochenende und viel spaß auf dem kehren die freizeit 2023 da will ich uns sehen am mittwoch wieder ab für zu wenn der familientag beginnt heißt die hälfte kostet da brauche ich mit dem kumpel dorthin und später gehe ich auf dann weil der mittwoch der erste im monat ist ist doch da wieder das oldtimer treffen bei klingenberg da hinten bei einem weingut da da gehe ich dann wieder hin danach bis zum dazuzuge gut dann bedanke ich mich fürs zuschauen einschalten werden es bald wieder zum abschluss als extra gibt es mit dem quadfahrt hier raus dreh fern nach das acker und drücken mit dem kumpel und dann kriege ich andere abenteuer das ist das over and out wenn es euch gefallen hat wieder liken, daumen hoch machen oder meinen kanal abonnieren meinen youtube kanal jubi channel und dann wenn ihr bestimmte videos angucken wollt ich habe eine playlist das sind aufgeräumte von kerne volksfest also krimis oder von umzügen so wie ich fest umzügen oder fasching umzügen kann alles sehen und aktiviert die glocke weil bei nachher ein neues video online ist und ihr könnt mich erreichen auf instagram und tiktok und vorbeischauen da sind bilder und videos zu sehen instagram indiana jones der abendauer und tiktok justus der abendauer 13 und alle informationen zu seinen letzten geprobilen findet ihr auch in meinem youtube video beschreibung unten scrollen da steht ein abendauer so einfach ist das und alles mache ich bereits nur als hobby und finde ich auch kein geld weil ich weiß nicht wie es geht und vielleicht bin ich heute noch später heute fängt schweizer unterwegs zu kumpeln weiß ich noch nicht es wird ja dann später sehen wenn ich was hochladen so so da ist der quatsch da ist die allgemeine brücke jetzt fahren wir mal so das kann jetzt fahren wir mal das das dann wird noch schweizer dort dort Es gibt Vorderhaut so Vielen Dank. Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kollegen, wir haben einen Fall Justus Jonas von den drei Detektiven Untertitelung des ZDF, 2020 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 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 Freunde, 5 Freunde, das sind wir 5 Freunde